Und willkommen zurück zu Let's Play von Land of Zelda Link to Pass, diesmal in dem letzten Tempel, im Nachkriegsler, Mikro bleibt stehen, im Schildkirchenfelsen und wir gründen jetzt erstmal direkt zu lesen. Deine verfügst du über das Zauber-Lexier, passt nicht dazu nicht weitergehen, ich verfüge es, ich habe zwei Stück sofort davon, denn wir werden hier sehr, sehr viel von der Scheiße brauchen, und nicht ohne hier, so ist wirklich, nein, lass uns ein bisschen zurecht bringen hier nochmal, so, ach, hier, Brauch mal, den Feuerscarp, Ich weiß nicht, was ich gegen was, Nein, so, ach, scheiße, jetzt einfach abgerissen können, aber, ich habe zum Glück noch nichts anbezündet. So. Ja, komm, hoffentlich, geht das gut. So. Ach, ich war nett, sehr dank. Ach, ich habe mal auf die Feuerwalzen. Also, jetzt schon, ich kann nicht weitererziehen, bis zu den Stein. Wow. Dann haben wir uns schon mal die Karte. Upsa. Also, ich muss, ich kann ein bisschen richten, aber nicht, dass wir da noch nicht richtig, so, jetzt ein bisschen besser. So, müssen aufpassen. So, jetzt, eine durchkommen, ja. So. So. Ich habe mir gerade noch ein bisschen kalt, mein bisschen. So. jetzt noch ein bisschen gut wie lange geht und die ganze süße haben wir dann hier überhaupt nichts umso besser wir abwarten haben wir jetzt nur rumlaufen aber um eigentlich mal ganz übertritt mit dem scheiß entkommen kann dieses todes ist ein bisschen fies aber dann haben wir erst mit einem fleck vorbei so wie haben wir schon war ein fake raum naja das ist aber nur fehl immerhin dann schmerz nicht wenn man natürlich jetzt noch nicht den ja wird das hat wird ja wird energie hat auch sehr stark aufgeschmissen so immer als da weitergehen können so lassen wir noch hier um und andere freunde so so den kampf muss auch da ich brauche ich brauche nur so was ist nicht zum so so wunderbar so die Fische klappt nicht auch extrem und ich muss nur mit dem Fahrer nicht ohne den Toch hängen das nervt nicht extrem das hab hier die Kettenhunde so alles bestückt so die Ketten können ja nicht zerstören so jetzt mal hier aber ja schon mal ne Bumerang hier höre dazu darf ich auch gut die Fähne reinfazieren empfängt man darf jetzt auch eigentlich weg gemacht dann muss man überhaupt nicht mehr dann ähm du hast dich schon mal so viel fehlen nicht mehr sparen ich mach da ran aber das ist ja egal also ich hab dir einmal geschaut auf hübser hänge irgendwie nur 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 alles zu schaffen na schade hab keine hab keine ähm Dings hinterlassen keine ähm ähm kein Schlüssel oder sonst irgendetwas äh ich denke ich muss irgendwo dann ausgewiesen sein nö 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 um an das nächste Herzteil zu kommen ans letzte Herzteil da müssen wir halt noch schauen die Oben gehen wir gehen zum Herzteil müssen wir halt noch schauen ok ok ah du bist der kleine Pusser hier Oh wow, ich habe mich hier fehlt hier. Ich habe mich hier nicht raus, genau um die Ausgänge. So, verdammt, das ist einfach hier. Zumindest erst mal. Die Augen, die offen sind, die tun direkt so spüren, ich sage es auch immer. Und die anderen sind nur so, wenn wir uns umdrehen. So. Das ist gut, das war noch ein schönes Fall. Die Kunde abschießen. Die Kunde abschießen. Die Kunde mit Storch. Wo wir dann endlich die letzte Herzeit finden. Zack. Ja. Jetzt tun wir uns noch ein Herzen und den kriegen wir ja von dem Boss im Schilddruck nicht dann zu fassen. Damit wir dann alle Herzen zusammen haben. Das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. Wir haben die große Tülle. Zu der wir dann nicht hin kommen. Jetzt müssen wir uns auch auf den Karten markiert. Ja, wir sind da. So. Wir müssen uns erst mal einen großen Schüssel haben. Wir treffen uns auch mal hier. Ich nehme den Staub. So. Ich rufe auch wieder ein bisschen zurück. Das ist mir ein Stück. Erstmal hier rein. Na. Geh auch da rein. Danke. Da. Da. Der Kick lag da. Der Kick lag da. Oh wird ein brakefluss rein. So. 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 war ich bin sehr fähig so fack wie das fieses Ding hier so scheiß Auge aber wir haben sie eigentlich nichts gemacht mit Auge wenn wir sagen damit findet auch ein schick fies schluss am rückweg machen ich hätte mir den breck geholt wäre das gar ein problem gewesen da muss man halt ein bisschen blöd hinterlaufen Ich hab mir noch gedacht, dass die Ashesen da ist, aber naja, was soll, was soll das denn? Da gehen wir halt einen Weg doppelt. So, komm mal. Oh Mann, ich hätte mich selbst gacken lassen, aber... Okay, so viel dazu. Hier ist die Energie. Ich hab zwar lieber gewesen, aber egal. Das ist ein Muster lang. Ich muss da außen rum lang. Der ist komm schon nicht an die Postkur. Okay, kein Problem. Ich hab das schnell erledigt. Ich hab das mit dem Aufgesprengt hier. Ich hab das mit dem Aufgesprengt hier. Ich hab das mit dem Aufgesprengt hier. Ich hab das mit dem Spiegelschild. Wunderbar. Spiegelschild. Damit lassen sich die Strandabwehren gegen dein alter Schritt nachlos wahr. Genau. So. Aber die Strande jetzt da, ähm, oder waren von dem Augenlach zurückkommen. So, jetzt hab ich gar einen Schlüssel oder so. Ja. Ich hab die Hände mal normalen rum gefunden. Ja. Aber, du hast die hier rechts und nicht alle in der свободatur. Das ist halt das, was dann letztendlich erstmal geht. Sorry. Aber, das ist ja der Mist, das ist ja der Mist, das ist ja der Mist. Aber, da ist ja der Mist. So, hier eine Schüssel. So, warte mal nach rechts. So, da ist das hier? An einem Weg oder was? Okay. Ich glaube, ich muss... ...ehm, noch anders lang. Naja, ich darf nicht... Nein, ich komme schon wieder. Na, ich gehe jetzt doch noch mal zurück. Die Porzellate scheiß ein bisschen hinterlaufe. Dann muss ich doch noch gucken. Wo kam ich da hin? Aber da kam ich noch zurück, ne? Ja, ich habe noch keinen Hunger. Nein. Ich weiß nicht. War da noch ein Schlüssel oder kein Schlüssel? Ja, ich komme jetzt an. Ich gehe einfach mal gucken. Ich gehe jetzt nicht mal aus, wenn ich mir jetzt hier einfach gehe. Glaube ich. Nein, ich zumindest. Jetzt sind es. Ah, schon hat sich die Folge aber doch nichts geworden. Ich glaube, da ist man nicht dran. Na, geh doch da. Das ist ein Häschen. Verdammt. Mein Name ist auf den anderen Ding. Entgegen. Ja, naja. So, ich muss noch keine Einschlüsse, das ist die Frage. Da war eh nur eine Sackgasse hier. Ja, war eine Sackgasse, okay. Na gut, Vertrauen auf den Kontrollen ist besser, wissen wir ja. Das hat uns natürlich alles Zeit gekostet, aber... Tja, Pesche hat. So, hier unten... Ja, wie man dann wissen... Na, ist halt die Sache, wenn man sich immer sicher ist, wenn man da zu ganz schön gespielt hat. Aber das ist auch einer der wirklichen Tempel, die ich immer schnell überlegen muss. Boah, du scheiß Blöder. Scheiß, du scheiß Ding. Scheiß, du scheiß Ding. Scheiß, jetzt lasst du... Ich glaube, das ist jetzt dran. Zunächst mal, ich fühle mich fast ablösen. Und so, wenn man aus einem Sack mit der Tür immer an der Hand und an der Hand hängt. Boah, scheiß in den Tür gekommen. Das tut mir wirklich leid. Diesmal nehmen wir aber oben mit. Und weil jetzt alles ununtergewinne ich mich schon lang bin. Du hast zuerst den... Entschuldigung, hast du den Schlüssel bekommen. Na, komm doch, fertig, du bist ein Bastard. Oh Mann, jetzt hab ich doch echt keine Mellie, ne? Finde ich aber uncool. Finde ich richtig uncool. Boah, wie du scheiß... Fiescheuer. So, jetzt gehen wir erstmal nach unten. Wir würden dunkelhaftieren müssen. Das ist doch schlimmer. Aber wir haben alles, ich kann eigentlich nicht mehr als Rett einfach... Einfach nur direkt den Wurst finden. Und ich müsste... Nein, die sollen auch sagen. Bei meinem Pesch. Ich muss gleich noch viel nutzen. Ich muss in der Mitte, da ist glaub ich ein Schlüssel unter den... Unter dem Krug. Hier ist nur noch ein Schlüssel. Hier ist keiner hin. So... So... Hier ist immer da. Okay... Hier ist gar nichts da hin. so das muss man schon mal unten links egal wie ja zack na oder ja unten links das ist gut und boss oh ne machen wir eine nächste Folge ok irgendwie da hat sich was zu platt mit dem da drauf stehen muss ich das mal behaupten ja, muss ich das mal anschauen NEIN was heißt das macht so so warum ja, ja, ich muss jetzt mal die Fäden holen muss ich jetzt noch durch warum man so viel energie gehabt ich muss vorstellen so jetzt und ist gerade noch viel dann nächster ein letztes legt zwei Bis dahin. Tschau.